Ich bin hier heute auf der Nintendo XMAS Mall Tour in PEP unterwegs und werde ansehen, welche Spiele man heute anspielen kann, wie das heute aufgebaut ist. Letzter war es nicht da, dieses Jahr bin ich ja da mit dem Video, weil ich euch ein paar Informationen geben, was es zu sehen gibt und ich wünsche euch viel Spaß bei dem kleinen Miniflog zum Nintendo XMAS Mall Tour 2024 in Mütze. Bis zum nächsten Mal. Böhl! Musik Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.